Guten Abend. Ja, Herr Dr. Benefit, ich wollte nur ganz kurz fragen, will nicht weiter stören, aber... Ja, stört ein bisschen, aber ist ja okay. Wie wissen Sie meinen YouTube-Channel eigentlich? Ja, das ist ja, ich würde mal sagen, der mit Abstand schlechteste, grottigste YouTube-Channel. Ich weiß gar nicht, haben die bei YouTube, haben die da keine Leute, die da mal so drüber gucken, was da so eingestellt wird? Das eine Video ist das allerschlechteste. Das eine? Das eine, das finde ich so super scheiße. Gucken Sie sich das bitte mal an und das ist so bad, so bad. Okay, mach mal aus. Ich flüstere in einem Lift. Dann fehlen die fickenden Hühner. Die fickenden Hühner sieht man nicht, dafür ist es zu dunkel. Ich will übrigens, es gibt nichts Schrecklicheres als Udo Lindenberg und Chloeso. Chloeso. Ja, ist er richtig? Chloeso, aber der fragt sich bestimmt immer total ab, dass er Chloeso genannt wird. Weißt du, wenn ich den treffen würde? Dann würde ich zu dem hingehen und sagen, hallo, Chloeso, kriege ich ein Orthogramm? Und dann würde er sagen, ja, kriegst du, aber ich heiße Chloeso. Und dann fragt er mich, was soll ich denn schreiben? Und dann würde ich sagen, Fertine Caracho von Chloeso. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist jetzt auch. Du weißt du nicht? Ja. Das war's. Ja. Ja. Da ist der Motor. Das ist jetzt auch letter mit Luft. hier sehen wir die neueste kollektion der hochzeitswäsche vom designer scheiß auf weiß sehr geschmackvoll mit der blütenapplikation und den man beachte die hübsche rosettenform der diamantbestückung so so Vielen Dank. Vielen Dank.